jetzt ist es zu bekommen auf laut okay als ich weiß es geht auf so kommt ja er wird hier hat er zu sein und sie sind die stadt heilend ließ schreibt meint schreibt bleiben zu erst ist ja er hat nur eingeschrieben ich muss mal kurz schauen was meine festplatte macht denn es gibt auch gar nix so lange du es dich willst okay alles klar wir könnten ein ziemlich lang auf was können wir die festplatte liegt an der festplatte was können wir und er hat einen Hänger ein Mikro oder dann hätte es gerade abspacken ja ich habe länger dein Headset war gerade abspacken ja ich hatte auch gerade ein Standbild schon wieder ein Headset spackt ab denn das ist ja mein PC spackt ab wirst du mich noch ich werde ich ich werde ich jetzt sind da hallo hallo jetzt hörst du mich wieder ja genau jetzt wir haben er mir immer leid falls das irgendwie auf die aus Prozent aufnahmen sie ausgewirkt hat bei mir ist gerade mein Internet abgestürzt die er muss dort er hat geschützt er ist als eigentlich erst jetzt draußen sein weil ich jetzt da gibt es nicht ja ich weiß aber war wohl nur kurz genug alles super der Aufnahme geht es die aufgelistet also wir sind sie können weil sie sich und auch her dass er ausgelockt ist irgendwie so keine Ahnung es wird mir noch nicht auch die Hälfte interessiert mich nicht ich ich habe das vor wie sich dieser Entschuldigung der Gefühlschaft muss ja es ist nahe ja so schnell kann es gehen schon muss man das gesperrter Spaß er nur so ist es im Moment ach ich dachte denn schadet selbst ein Pris ich kann aber erst auf den nächsten Kaku healn nein äh rätsel meine ich schuldig also bis 20 kann ich rätsel helf mir mal ja wo bist du denn ich muss gerade selber meinen Silberschleim hier befetzen wo bist du denn lol da wo bist du hä ist alles gut ich werde nicht mehr verfolgt hä wieso lässt er sich von dir so spüren hä vor allen Dingen unsere Leute werden von Frise aus der anderen Gruppe gehealt und wir heilen andere nicht ja genau das ist zwar ausnutzen auf vollste Art aber egal wir können es ja weil wir es können genau weil wir es können ok jetzt muss ich hier ich tanke alleine ein Rattenmensch wow bin ich imbar und du verreicht ahhh laufen wir ja wenn du den Buff äh verlierst dann bist du so richtig am Arsch ja ach ne ich helf dir nicht nein rette mich nö da ist einer von uns schon reingelaufen rette mich doch ja kann man kann ja auch reingelaufen hier rette mich ja wo bist du denn Leute ja hier ach verreckt doch nein oh wie süß ich bin zu dir um zu sterben ja dein Damage ist auch nicht grad hoch bei dem ne ach egal ach egal ich greife ihn nicht an jemand anders muss ihn angreifen oh jetzt helf mir doch mal helf mir mysterio wird vom schleimkönig angegriffen helf mir doch ich bin zu jung und so dankeschön ja das ist doch das bist du ne dachte ich mir das doch dachte ich mir das doch Junge ich tank immer noch hier die ganze Zeit Enchante hat geholfen okay dann krieg ich die Enchante jetzt voll oh sie ist voll auch hey Leute so die Leute aus unserer Gruppe sind am verrecken ja und äh der Schleimkönig wird hier draußen getankt und äh die Leute von unserer Gruppe sind am verrecken ja er ist ne tote scheiße mich greifen Goldschleimern ich bin tot nein will ich nicht du lebst noch ja hier ich hab keinen bock auf hier so wir müssen wir müssen immer auf die ähm kleinen gehen weil das ist am wichtig oh der ist gut hier der ich hier jetzt ich hab jetzt keinen bock mehr ja du bist zu schlecht oder zu gut vielleicht auch zu gut oh hier ist nicht mehr hier kommt ja ich hier auch nicht mehr also ich hier jetzt nur noch ähm soll ich jetzt hm soll ich auch viel skillen ja durch jetzt einfach auf stärken ja auf Fähigkeit verstärken so ja ich tank ich skill bald auf cooldown keine Angst okay alles klar magst du Bratwurst was magst du Bratwurst aber ich Bratwurst mag nein okay nein wirklich nicht nein das ist mein voller Ernst alter ja es gibt auch komische Leute ich mag keine Bockwurst aber ich mag Bratwurst Bockwurst ist doch geil nein Bratwurst ist scheiße doch irgendwie ist diese Kingdom Quest schon so ein bisschen lustig das ist aber immer so also normalerweise wird Kampf in der Mitte ausgetragen alle rennen durcheinander nichts ist mehr organisiert ja es ist halt die Prisida tanks die ganze Zeit wer tankt den also ich krieg vom Bosskampf eigentlich selten was mit boah ich krieg grad ziemlich schön hier mit vom Bosskampf ja ich hau gerade auch ziemlich rauf aber du gehst da nicht ran der hat ne AOE ok also halt mal ein bisschen Abstand ja ich kann 18 Meter healn yeah und ich hab äh ich heal jetzt und hab ein ähm äh Schleim hinter mir also ein Prinzmann Schleim hoher dann äh ja und ich lauf die ganze Zeit rum hier und dann hättest du diesen Fritzverschleim hinter mir her das ist zu geil das ist echt zu geil ich glaub die Klinikress wird nix doch die wird was super hä Jungs ne ja genau hier mich doch ein das ist echt so lol ok so mal sehen wer tankt die denn so jetzt verrecken wir dann das ist aber ne gute Taktika das ist aber ne gute Taktika als Prisi nehm dir den Boss und dann kannst du sehen wen der Boss angreift weil ähm den muss ganz einfach hier weil das ist der Typ der ja vor allem die Leute sind so dumm und greifen jetzt nur den Boss an und es werden immer mehr Mobs rumrum und die machen den meisten Damage ich hab jetzt drei also wenn ich jetzt einmal stehen bleibe oder wenn ich einmal getroffen werde von denen dann bin ich tot im es ist dann auch ein gehen sonst werden es verdammt noch mal die Kleine angreifen ja sag das noch mal ich hab fünf Mobs also hatte ok, schlug mal hatte ich hatte doch ich hatte jetzt hab ich zwei oh mein Gott ich hab einen und das ist schon zu viel ja alles JEEEIM ich bin tot ich freu mich ja so jetzt so er hat so ein Problem weil jetzt hast du gemacht die auch ein bisschen zufrieden das machen wir ich denke mal ich hätte den Tänker vom Schleim Schleim weil der Wende verrext und bin ich gezwungen auch zu verrecken auf einem Ort die ist sogar nicht schlicht nein Nein, 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 wir haben einen Feuerschleim okay, tschüss, ich werde sterben ich weiß es, ich werde sterben Alter, du hast doch nur einen Feuerschleim stell dir vor, du hattest irgend so einen anderen ich hab keinen Bock ich werde verrecken ah, ich werde verrecken oh mein Gott so, du kannst verrecken ja schon dabei schon dabei aber ich kann nicht so viel hielen, das ist scheiße äh, loll jetzt greift er dich an lauf, du Sack ich bin fast ab yeah, ich bin tot ich hab noch ein Leben dann solltest du jetzt am besten mal ganz weit abhauen ja, genau, gute Idee so, ganz weit abgehauen ich muss mich wieder mitten ins Getümmel Alter, wenn du normal verreckst, dann tötte ich dich ich bin schon tot, dann aber egal aber ich bin fast 8 Jungs, kill doch also ich halt mich ja schon aus dem Getümmel raus, keine Angst so, jetzt haben wir hier aufgeräumt so, jetzt läuft's gerade, glaube ich, immer wieder ein bisschen besser ja, komm, jetzt kommt hier so eine, wir als große Angriffswelle und killen alle so, ja, jetzt kommen wir so noch den, dann ach, der Kingschleim ist schon längst tot ehrlich? ja guck doch in den Chat, Punkt, Punkt, Punkt ja, geschafft, oder? stimmt, Punkt, Punkt, Punkt nein, wir müssen hier noch einmal rumlaufen und gucken, ob ich noch irgendwelche Mops schreib, nein, schreib, nein, schreib, nein fertig ja so, wo sind die Mops? Elbplätze nein, immer noch nicht ein Leben, ja, Pech gehabt komm, den kenn ich, komm, hier in Shikolo Shikolo hielen he, ich heil die, die nicht sagen, heil, please, sondern die Rest, heil ich nicht, die die die, die nicht sagen, heil, please, na, heil ich nicht, die, die, die nicht sagen, da ist gerade so ein Typ von wegen, ja, deutsche Sprache, gute Sprache ist deutscher Server yeah, ja, 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 das waren wir, ich und Shikolo, yeah, wir sind cool zwei neue Punkte, die ich versetzen kann ich bin gleich nochmal ab, wir müssen, wir müssen gleich nochmal Schleime, lass, wir müssen jetzt Schleime fetzen gehen, weil sind wir wieder ab, also ein Schleime fetzen ist ab, ist voll witzig, man kriegt so viel Erfahrung dadurch man kriegt immer nur eine Erfahrung dadurch, durch jeden Schlag ja, nein, aber durch den Kaku kriegt man so viel Erfahrung, weil man kann durch, sozusagen, einen Mob kann man nicht zwei abs kommen ich weiß wir sind rummeln, yeah, 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 hallo? wir sind rummeln, ja endlich die fünf Sekunden waren dann wohl doch ein bisschen mehr als fünf Sekunden, ne? ja, ok, komm, 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 komm Sekunden als erstes mal entlassen 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 so so alle hab ich grad, komm so, dann, äh, Quest abgeben erst mal Quest abgeben nein, erst oh ok, dann nicht ja ich bin der Herr des, keine Ahnung, der Willen des Tempel bin den Fabi, hier ist Fabi, der hat genau 300 KP so aber heißt das HP oh, das ist mir doch egal, für mich heißt die Kraft Punkte und ich, keine Ahnung, hier Punkte egal, HP hört sich viel, äh, professioneller an nennen wir es ja einfach Leben genau, LP LP ja, genau LP vor allem, ne? dann passt das nicht aber LP ist, LP ist ja auch schon Let's Play, also ja, guck mal, der will auch schnell am Fetzen gehen, aber jetzt ist der schlecht doch nein da, verziehen du musst super auf repertoire du musst verziehen j容易 jetz jetz weißt schon ja, wir sind zehn, diese half der Wolf hier an jajj ja was hat deine hover so für mit Sets? Gar keine um dock un gewä夏 ja werf äuss jk stärke die Runde das ist auch nicht so gut und schlusser schon überbringt er hat er ich will nicht schön unter tun also mein Motto ist ja auch wer zu viel ironiert der kriegt einen Sarkasmus ich bin eine Sarkasmus weißt du nein ein Sarkasmus wer lasse ihre Aufnahme jetzt werden die Aufnahme ich kann dann dann das Schäfer sein die Kamera so vorhin denn jetzt stell dir einfach mal irgendwo hin okay so so ich schaue in die selbe Richtung in der ich schaue willst du als erstes tschau sagen ja tschau Leute dann sage ich auch noch tschau tschau